Guten Morgen! Wunderschönen guten Guten Tag meine Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin im Green Hill Bike Park. Nach einer Woche sehen wir uns mal an, wie die Strecken heute so aussehen. Nach der letzten Woche Schlammschlacht, da haben sich aber auch viele beschwert. Da war auch viel Geheule, habe ich im Internet gelesen. Ob die Jungs das jetzt wieder alle so hingekriegt haben, wie es soll, wir werden es sehen. Bis gleich Leute! So Freunde, dann gucken wir uns nochmal an, wie die Strecken sind. Also die Jatz-Kurve ist gut. Mal gucken wir mal. Spurrillen sind hier auch weg. Hier auch, gar keine Spurrillen. Spurrillen gibt es hier keine. Aha. Guck mal, hier kann man wieder normal fahren. Das sieht doch super aus. Aber guck mal, die Jungs haben sich doch hier richtig Mühe gegeben. Aber da brauchen wir uns doch gar keine Gedanken machen. Und wenn er nach so einem Wochenende so hier nach wieder aussieht, dann haben die Jungs, glaube ich, alle unter Kontrolle. So, jetzt gleich kommen die Problemkind-Passagen nämlich. Und zwar hier. Die im bösen Tannenwald. Meine Finger frieren ab. Guck mal, hier auch keine Spurrillen mehr. Leute, ohne Scheiß, ne? Also heute sind die Strecken wirklich Baba. Aber meine Hände sind so kalt. Und das Krasse ist, ich habe meine Hand schon vergessen. Geil geschafft. Aber glücklicherweise kann man unten im Shop Handschuhe bei den Jungs kaufen. Wow, heute sogar springen war. Ja, dann ist doch jedes Ziel erfüllt, hör mal. Okay, die zweiten nicht und die dritte auch nicht. Aber da muss man einfach abwägen, dass es einfach doch super, super matschig ist. Aber es geht. Guck mal, das Rad. Sieht super aus. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe die letzte Woche auch schon gesehen hier. Hier? Ja. Ja, wir waren viel drüben unterwegs, ne? Ja, ich auch, ey. Aber heute geht's. Hast du Bock mitzufahren? Ja, klar. Ja? Magst du vorfahren? Also ich hinter dir vorbeifre, ist mir egal. Ja, dann viel Spaß. Danke. So. Und dann gucken wir mal, wie die Johnson Pablo hier läuft. Ja. Ja, guck mal, ist doch alles wieder geregelt, ey. Hammer. Super. Superschön. Ja. So, nämlich hier schön nausig. Ja. Ja. Und dann ist sie noch... Ah. Huh. Ah. Ah. super so freunde da ich euch jetzt hier nicht auf die folter spannen möchte wie die strecken sind weil es ist auf der jumpline seite sag ich mal es nur die mixtape offen und die johnson pablo und die johnson pablo bin ich bis jetzt nur gefahren und die ist also die läuft gut ja was soll ich sagen ich bin einfach glücklich dass ich einfach nicht wieder bergauf trampeln muss ich lieb so ich lieb so gleich testen wir mal die mammut die gruma die tornado taxido die probleme aus los geht's alles klärchen und fahren wir mal in die gruma mal gucken wie die stricke heute aussieht ganz entspannt rein hier leute ganz entspannt ganz entspannt erste runde schön ja heute ist rutschig ne welche wollte ja max vorfahren ich bin mir ist aufgefahren super 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 ja 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 Heheheh 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 hallo ja also wie gesagt die bin ich letztes mal überhaupt nicht ich bin mal gespannt gleich später auf die beiden ach genau und springen wir die die drops hier auch die holz drops ach so ok ja gut nee weil bei den wenn die holz drops heute irgendwie springen müssen ein bisschen aufpassen du dürft dann im zweiten nicht zu schnell sein sonst kommt ihr ins flat richtiges off-camper gehörst so 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 oha so jetzt table Erst nicht zu schnell, ne? Fast nicht rübergekommen, ey. So, Canadian Tuxedo sind wir auch gerade gefahren. Top-Bedingung. Ist ein bisschen eigenartig, dass man die ganzen offenen Wurzeln und so sieht. Das sieht super rutschig aus. Aber ich muss sagen, irgendwie hat das Grip. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das hat keinen Grip und so. Aber ich glaube, das hat guten Grip. Ja, glaube ich. Hoffe ich. Also bis jetzt hat es bei mir einen guten Grip. So. Jetzt fahren wir mal weiter zur Groomer und gucken doch mal, was da für eine Party geht. Let's go. Ohne Flachs. Ich war gerade unten und habe gerade gesagt, Ach, wer fällt denn schon noch raus heutzutage? Schwupp, war da draußen. Na ja, auf der Hälfte des Weges. Schön, guck mal. Nach vier Runden heute. Das geht doch. Ich auch nicht so matschig. Okay, da bin ich zweimal durch eine Pfütze gefahren. Aber gibt es Schlimmeres? Ach. Mann, ist das schön hier. Ich mache mal ein paar coole Aufnahmen für euch. Let's go. Heute combinations. Tschüss schön. Tschüss. Einzigmer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020